Wir von der ThyssenKrupp Steering sind in Lichtenstein daheim und auf den Straßen der Welt zu Hause. Unsere Längssysteme sind die Nummer eins in jedem vierten Auto weltweit. Hoi, ich bin Pascal Hilti und bin im zweiten Lehrer als Automatiker in ThyssenKrupp Reste. Hoi miteinander, ich bin Laurens Kindle im zweiten Lehrer als Automatiker. Komm mit. Los geht's. Ich habe mich für den Beruf Automatiker entschieden, weil er sehr vielseitig ist und weil die Zukunft auch häufiger gebraucht wird. Wenn man als Automatiker in ThyssenKrupp Reste anfängt, dann wird mit dem ersten Lehrer auf das zweite, das dritte und das vierte vorbereitet. Zu den Tätigkeiten des Automatikers gehört, dass man ein Kabel aufbauen kann. Jetzt gehe ich nachher den Maschinenführer weiter. Wenn das andere Kabel nicht mehr funktioniert, wird das ausgewechselt. Jede Sekunde, wo die Maschine nicht läuft, ist auch ein Geldverlust. Mir fasziniert in diesem Beruf die verschiedensten Tätigkeiten und Technologien. Man kommt täglich mit Kontakt mit Strom, Luft und Öl. Ab und zu kann ich gerne programmieren. Ich arbeite gerne mit meinen Händen und habe Freude an der Technik. Ich bin zukunftsorientiert und mit den neuesten Lehrmitteln ausgebildet. Magst du bei uns den Prof Automatiker lernen? Wir freuen uns auf dich. Dann komm vorbei. Ich habe bei der Presta eine Lehre gefunden, die zu mir und meinem Leben passt. Werde auch du Teil unseres Teams und gib deiner Lehre den richtigen Drive. Du hastífic. Als es wird viele Professoren warning volatility. Wir freuen uns auf, schon mal, weil es sehr wichtig ist, dass das Teil wirklich nach wszystkich nach,